Jetzt neu! Getränkekarton und Plastikflasche Recycling bei Aldi Suisse. Jeder von uns nutzt Getränkekarton und Plastikflaschen. Sie auch, oder? Aber was mache ich eigentlich mit den leeren Verpackungen? Ab damit in Apfelsack? Das braucht ziemlich viel Platz und ist schlecht für die Umwelt. Wir bei Aldi Suisse haben eine bessere Idee. Recyclen! Getränkekarton und Plastikflaschen zu Hause einfach sammeln, leeren und zusammengedruckt in der neuen Aldi Suisse Sammelstelle einwerfen. Spart Platz im Apfelsack und ist gut für die Umwelt. Und was passiert mit dem zurückgebrachten Material? Wir transportieren es in eine moderne Sortieranlage. Dort werden Getränkekarton und Plastikflaschen getrennt und das Recycling fängt an. Aus der Plastikflasche entsteht Regranulat. Daraus machen die Hersteller zum Beispiel neue Plastikflaschen oder andere Kunststoffprodukte. Und aus den Getränkekarton entstehen in einer Papierfabrik neue Verpackungen, wie zum Beispiel Kartonschachteln. Gemeinsam mit Aldi Suisse Platz im Apfelsack sparen und Ressourcen schonen. Einfach Aldi.